Zuerst muss ich die Klammer ausmultiplizieren, weil ich die Klammer nicht zusammenfassen kann. Also muss ich 5 mal 3 rechnen, 5 mal 3 ist 15a, plus, das Plus erkenne ich hier, 5 mal 2 ist 10b, plus 10b. Jetzt kommt da, minus 3 mal plus 2, minus 3 mal plus 2 ist minus 6a, minus 3 mal plus b ist minus 3b, ist gleich. Jetzt kann ich zusammenfassen, die 5a minus 6a sind 9a. Und die 10b minus die 3b sind plus 7b. Auch hier, zuerst die Klammer ausrechnen, aufpassen, minus 4 mal plus 3 ist minus 12a. Minus 4 mal minus 4 ist plus 16b. Minus 2 mal plus 2 ist minus 4a. Und minus 2 mal plus 3 ist minus 6b, ist gleich. Ich fasse zusammen. Minus 12a minus 4a ist minus 16a. Plus 16 minus 6 ist plus 10b. Das吧! ... ... Untertitelung des ZDF, 2020